Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen 250 Abo Special. Naja, ein Special wäre es nicht direkt. Doch, eigentlich schon, aber ich würde es ein bisschen anders machen. Ich möchte einfach mal Danke sagen. Die meisten machen ja in irgendeiner Art und Weise ein Special, schneiden die Videos zusammen. Das kann ich nicht. Das konnte ich schon beim 100 Abonnenten Special, habe ich es nicht hingekriegt. Hier kriege ich es auch wieder nicht hin. Überrascht mich immer ein bisschen. Ich will einfach nur mal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. 250 Abonnenten haben wir jetzt geschafft, hier auf diesem Kanal. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Ich hänge mich natürlich nicht so ganz an den Abonnentenzahlen auf. Ich glaube, das habe ich auch des Öfteren schon gesagt. Denn viel interessanter finde ich tatsächlich die Zahl der Aufrufe. Ich glaube, der Kanal, beziehungsweise die Videos, sind jetzt schon über 30.000 Mal aufgerufen worden. Das ist der Hammer. Hammer, wahnsinnig viel, finde ich. Und das sind mittlerweile über 200.000 geguckte Minuten. 200.000, das muss man sich mal vorstellen, wenn man das mal in Tagen umrechnen würde. Wahnsinn, total verrückt. Dafür will ich mich einfach mal bedanken. Ich finde das total klasse. Abos, Abonnenten, das ist natürlich immer so ein Punkt. Da sagt dann jemand, ich finde das richtig klasse, da will ich ein bisschen mehr von sehen. Voraussetzung ist natürlich, dass der überhaupt einen Google-Account hat. Sonst wird es auch mit dem Abo nichts. Ich glaube, da sind auch noch so ein paar, die regelmäßig wieder reinschauen, ohne ein Abo zu haben. Finde ich total klasse. Viel besser noch als das Ganze, als diese 250 Abonnenten, als diese ganzen Seitenaufrufe und diese geguckten Minuten. Das ist natürlich alles sehr, 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 sehr wichtig. Aber auch die Tatsache, dass hier so viele dazwischen sind, die immer wieder sich beteiligen und auch nette, freundliche, lustige, spaßige, interessante Kommentare da lassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das macht das so ein bisschen aus. Das macht mir persönlich ganz viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Euch machen hoffentlich die Videos Spaß. Mir macht das Lesen der Kommentare Spaß. Dann ist das eine Win-Win-Situation. Und das ist das, was mir Freude macht. Also ich kann direkt sagen, Leute, vielen Dank für 250 Abonnenten. Vielen Dank für die vielen Seitenaufrufe, die vielen geguckten Minuten. Und vielen Dank für diesen ganz tollen Spaß, den ich mit euch habe. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe auch, oder ihr sorgt dafür, dass ich auch weiterhin Spaß mit euch habe. Und ich gebe mir Mühe, dass ihr weiterhin Spaß an meinen Videos habt. Und wenn das alles passt, dann ist alles auf Spitze. Was ihr da übrigens im Hintergrund seht, die Bilder, das ist das Spiel Lords of the Fallen. Das könnte unter Umständen das nächste Projekt werden, was so an, oder was State of Decay, wenn das dann durch ist, was State of Decay quasi dann ersetzt. Muss noch mal schauen, ist noch nicht ganz raus. Das ist so ein bisschen, ich habe da ein bisschen angezockt und habe mal geguckt. Fand ich eigentlich ganz klasse. Und natürlich immer mit dem Ziel, dass ihr auch Spaß dabei habt. Ich hoffe das einfach mal. Lass mich da mal überraschen. Aber wie gesagt, da kann vielleicht doch auch was ganz anderes kommen. Also ich habe da noch so ein paar Sachen auch auf der Pfanne, die ich noch unbedingt spielen will. Da sind ja diverse Titel noch, die auf mich warten da im Spieluniversum. Und da sind noch diverse Minuten, die noch geschaut werden wollen von euch. Und viel Zeit, Platz, Videos für Kommentare, Likes, noch weitere Abonnenten. Also ich würde mich freuen, wenn sich das Ganze so weiterentwickelt wie bisher. Also es ist total klasse. Also mir macht das hier wahnsinnig viel Spaß zur Zeit. Und ich freue mich, dass das auch bei euch ganz gut ankommt. Und ich kann ja auch sehen, es gibt ja so Statistiken, dass die Videos tatsächlich auch geguckt werden. Also nicht nur angeklickt, die werden tatsächlich auch geguckt. Und das ist total klasse. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja, was ich noch irgendwie loswerden soll, will, muss. Ja, also ich weiß nicht. Ihr könnt mir gerne mal was in die Kommentare schreiben. Vielleicht, was ihr euch noch wünschen würdet. Also wo ihr denkt, das wünsche ich mir. Ja, also wenn es so Kleinigkeiten sind wie, warum schreibt der Honk nicht endlich mal einen Uploadplan in seine Kanal-Info. Oder was auch immer. Irgendwas in der Richtung. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich werde bestimmt nicht alles umsetzen. Musste natürlich immer gucken. Muss ja auch irgendwie vereinbar sein. Muss zeitlich machbar sein. Solche Geschichten. Aber ich glaube, man hat es in der Vergangenheit auch immer gemerkt. Ich versuche schon, so das eine oder andere dann auch einfließen zu lassen. Wenn dann da so Wünsche da sind und wenn ich mich dafür nicht verbiegen muss, ja, dann ist doch alles im Grünbereich. Also, ja, ich wünsche mir einfach jetzt auch weiter so eine schöne Zeit. Und ich hoffe, dass das alles so klappt und sich auch weiterentwickelt. Und ich danke mich hier an der Stelle nochmal ganz herzlich. Wie gesagt, schreibt mir was in die Kommentare. Vielen, 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 vielen Dank bis hierhin. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.